manche sagen auch nicht funktionieren die hoppen hier so sollten wir eigentlich ist ja hammer nice sexy geil bitch du sexy bitch du geil ohne scheiße ohne scheiß okay ein bisschen habe ich geschissen ich gebe das zu nur ein bisschen richtig warum sind die blaze rots ach so hier sind noch nicht alle hopper was hast du jetzt eigentlich vor er geht jetzt in den birkenwald er hat die palen bei den jeweils die hier muss bauen und denke ich mal holz nicht weggemacht das sei denn er hat sehr große holzprobleme und findet kein holz mehr aber ja das ist aber auch eine ressource die es ressourcen euch terrakotta ok was habe ich jetzt geantwortet ist nicht gut mit terrakotta weiß nicht als ob ich jemals in whatsapp einschauen würde ich glaube ich weiß es doch 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 okay dann eben noch mal wann gehst du in die stadt und noch mal wann gehst du in die stadt und drittes mal versteht es kaum noch gut ist gut ja das kam auch gar nicht dass der man nicht wo so einfach wo du den blöd nicht nur das ehm it's burning man sugar halleluja it's burning sugar karamell it's burning sugar karamell it's burning sugar meine zähne gammeln hey hey der zahnarzt hast du auch schon mal gedacht wenn der zahnarzt dir sagt du sollst öfters die zähne putzen da hast du doch auch schon mal bestimmt gesagt warum sollte ich ohne bezahlung ihren job machen du gehst zum zahnarzt ich krieg doch mal gratis lollis der seite der zahnärzte das gerne hat wenn die zähne kaputt gehen hat der wirkundschaft ist echt so dann wollen die auch dass man zahnseite benutzt ja das ist teufels zeug und nicht das gute aber ich weiß ja ich weiß so ist es halt das gefühl ich bin dumm weißt du was mir gerade aufgefallen ist irgendwas geht hier nicht auf wir haben immer noch zwei spawner und der rob war nicht mal so nett und hat uns mehr spawner gewollt irgendwas geht hier nicht auf der will nur seine eigene farm machen wo wir nicht hin dürfen ich tritt mich jetzt wir machen was für die gemeinde für die community das macht geld der macht geld das richtige kapitalist ist ein richtiger kapitalist das ist jahrs melo punkt melo punkt wenn ich so melo dromedon das ist unglaublich mit denen alle die sind halt alle aber so das ist halt da kann man nichts machen die sind und dann ist es so und dann geht man so hier rein und sagt dann so und das und dann ist es scheiße man irgendwas ist falsch und das gefällt mir gar nicht oh nein der ogre hat pein da sind da musst du die töten das müsste passen ich will nicht entfahren kann die wollen einfach nur terrakate und so wie ich genau das stimmt der block der so hoch geht 2 2 2 3 geniere dich nicht terminus doch terminus geniere dich nicht haben sie einen schal gegessen terminus schon ist schon ich konzentriere mich gerade ganz kurz bitte ich hab gerade nerven zusammenbruch cool das ist nicht mit dich und das ist gut sind die wusstest du eigentlich das ist auch nicht mit dich das heißt richtig was red ich für scheiße dass die japaner nicht mehr grinsen die strahlen jetzt und zwar gleich doppelt warum sind wir eigentlich lustig ja ich hasse mich so oh man frage mich welches level ich werde wenn ich damit fertig bin 3 10 100 hast du ein bett in der nähe von dem ding ja cool glaubst du ersthaft dass ich das benutzen kann wo habe ich unsere betten hin kannst nicht benutzen ich hab jetzt aber ist das egal denn das sind die hat ja alles sicher gemacht ich bin grad hin und her gerannt auf das unserer betten ja ich hab die eingemauert also ich schlafe booboo titti bett und wieder drin ja ich hab die des chest gefunden destos chesto desto chesto ist es die mit dem du weißt schon vor allem die steht wahrscheinlich auch im kathedralen gebiet im fertigen restos chesto restos chesto ja der kreis der die leute glücklich macht aber nicht andere als mich schon wer ja du wusstest doch mal dass man por la noche eigentlich ins bett geht aber das ist ja dumm ja weil tagsüber schläft man viel besser weil man nachts ja die ganze nacht wach ist wie soll man da schlafen ja doch so ist es aber niemand glaubt mir danke für ihre weisheit doktor schwer zum glück brauchen wir keine schwarzheit sonst könnten wir sie nicht befragen das ist nicht so wichtig ich kann ich weiß bescheid ja eben das ist ja auch weiter ne also jetzt mal ganz ehrlich erne ernte meinst du ganz erne ganz ernste ja ich muss mir einen anderen schlafrhythmus holen aber der blöde northern line das klingt immer so zu bösen zeiten ja hast du ihm nicht mal in chat geschrieben warum er nicht auf zu deutschen zeiten streamen kann ich habe ihn verklagt auf 300 northern dollar ne der hat einfach nur nein gesagt und es war es die haben ein komisches rechtssystem da drüben ja vielleicht würde es die welt besser machen wahrscheinlich werden aber korrupte leute einfach kacke egal ich brauche mehr steppi 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 wenn man einfach nein sagen könnte glaubst du wirklich dass es dann die welt besser machen würde nein weil es genug mongos gibt die trotzdem karte sind du hast gerade wahrscheinlich anarchie beschrieben nein nein tsch hm 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 Leveln und so. Eigentlich ist es ja Sinn, der ist ein Levelort gerade und nicht meiner. Aber der baut ja gerade. Ja, weil du hast noch nicht so ein krasses Equipment wie ich. Das ist doch egal. Dafür ist er krasser als du. Was ist er denn? Geld. Oh, Quatsch. Geil. Ist das wirklich so? Klar. Sind die Veganer, versuchen dich zu vergiften. Gestern haben sie es mit Turmherr probiert. Tatsächlich. Nach dem Solz ging es mir gut. Ja. Ja. Ich gebe deiner Schwester ja die Schuld. Ja, ich auch. Kannst du das dir sagen? Ich könnte es jetzt schreien. Ja. Ne, bin zum Wügel. Schon, mir geht es nicht gut, wenn ich zum Wügel bin zum Schreien. Bitte hol. Mauer. Ich hole Hilfe. Ich hole Hilfe. Ich will Mauer. Ich will Hilfe. Ich will Mauer. Du wärst ein gutes, reiches Arschloch. Das mache ich jetzt. Ich habe Sinde jetzt hier, der kann jetzt glaube ich mittlerweile auf Magical Rice. Auf dieses Modpack von Blizzard. Ach so. Ach so, ich dachte gerade, weil wir die ganze Zeit über Reis sprechen. Ja. Das gehört so zu sein. Magical Rice. Und das wäre ganz lustig, wenn ich das so aufhören mache. Ich dachte, du willst ihn Drogen andrehen. Nein. Magical Rice. Wenn wir das so machen, dass wir dann in den Aufnahmen rumlaufen und Leuten irgendwas andrehen wollen. Das wäre cool, oder? Du musst den Leuten sagen, dass sie alle auf eine bestimmte Höhe bauen sollen. Also auf eine Ebene, das mit einem Boot umhergeschoben werden kannst. Nein, das Problem ist aber bei der ganzen Sache. Das sind alles volle Arschlöcher. Nein, die würden wahrscheinlich nicht mal so dumme Deals machen, wo die uns coole Sachen geben und wir denen halt nichts, weil das sind Spielverderber. Die würde denen nichts geben, die würden frischen, abgestandenen Lies bekommen. Na, die Sache ist, die würden sowas nicht machen. Warum nicht? Das sind wahrscheinlich richtige Langweiler. Die sind so, oh, ich will, ich will alles 100% kacken gehen, kacken gehen. Das ist schlecht erklärt. Ja, echt. Min Max, Leute, Min Max, Leute. Das ist schlecht erklärt. Achso. Und ich dachte, ich habe es verstanden. Es ist so richtig Min Max und so und das ist das Problem bei der Sache. Die würden sowas nicht machen und das macht mich sehr traurig. Darum will ich eine Revolution auf seinem Server. Revolution. Also erstmal müsste ich den wieder spielen. Aber, sehr gut. Das Tolle ist ja, sobald diese Folge hier draußen ist, in 100 Jahren, wird es das Ding jetzt eh nicht mehr geben. Max, der Blitzer ist dann schon tot? Das ist aber eine düstere Aussicht schon mehr. Ja, aber der ist schon alt. So alt wie du ist der schon fast sieben? Ist der schon sieben? Ich bin mir nicht sicher, aber sogar ein bisschen älter ist. Wow! So ein paar Monate vielleicht maximal. Ich weiß es nicht. Sieben und drei. Ja, sieben Jahre, drei Monate. Überlegt gerade. Geht das überhaupt? Ist das legal? Nee. Ist halt Blitzer. Der hat sich noch nie überlegale Dinge den Kopf zerbrochen. Der hat einfach gemacht, weißt du? Der hat Toti gemacht. Der hat... Hat die Art getoti gemacht? Der hat getoti gemacht. Ohne Frage. Das ist keine Frage. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist das wirklich schon so spät? Hat der Penner denn Gicht? Dass du dich noch an das Fäulchen-Pantar-Liedern kannst schon... Was sollen die Wände sein? Wände? Wenn ich Wände sage ich immer. Ja, was passt zu Lieder? Wir könnten... Neongrün. Pink. Pink passt tatsächlich ein bisschen, oder? Neon... Weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung von Farben. Grün. Gibt es Pink-Keramik? Ich meine, du kannst es auch so cool auf Keramik machen. Du könntest diesen krassen Keramik-Scheiß machen, wo so komische Muster drin sind und da den Pinken nehmen. Das sind glaube ich Herzen sogar. Okay, ich versuch's. Immer wenn ich so aussehe, als hätte ich einen Schlaganfall und mache einfach nicht weiter, gucke ich links auf das Bild und ärgere mich, dass wahrscheinlich irgendwas falsch ist. Wobei ich bisher alles richtig baue, tatsächlich. Schon wer, du hast mich doch lieb, weil ich so ein süßer Fratz bin. Ich hasse dich über alles, ja? Sprich, Waddle? Kenn ich. Ähm... Wiedler kann diese Woche nicht minzen. Eigentlich müsste er. Er hat gesagt, er kann diese Woche nicht. Wann hat er es gesagt? Also die nächste... Das... Ich glaube noch am Mittwoch, dass er... Er konnte da nicht und kann jetzt wieder nicht. Echt? Hat er es geschrieben? Ja, hatte ich jetzt so im Kopf, tatsächlich. Ich dachte, er hat nur geschrieben, dass er letztens mit noch nicht kann. Weit ich nicht. Du verunsicherst mich immer schon, ja. Aber... Denk doch mal an... Nein, aber ganz bestimmt fange ich jetzt nicht an zu denken, nach 22 Jahren. Ich meine, 6 Jahren. Du bist älter als ich. Echt? Ja, du bist schon sehen. Ganzes Jahr älter als du. Nein. Aber fast eigentlich. Krass. Ich verstehe Alter nicht. Nee, auch nicht. Nein, du bist halt 76 geboren. Das ist Bullshit. Du bist halt 96 geboren. Ja. Das war gerade wieder so ein Moment. Du bist halt 76 geboren, mein Kind so. What? Was redet der schon wieder, ohne mich zu fragen? So viele Dinge passieren hier. Einmal hat mich Termin das super alt gemacht und das andere Mal habe ich gerade gemerkt, dass der lila Boden Blue Terracotta ist. Hm. Seid ihr wieder doof? Nein. Das ist einfach nur die Farbe, ist komisch. Ich weiß nicht. Also das ist Lila, also eindeutig Lila, was voll sexy ist. Aber warum heißt das Blut Terracotta? Vielleicht ist es sich seines Geschlechts noch unbesichern. So es geht? Bei Terracotta schon, ja. Achso. Terracotta kommt ja auch aus Asien, da ist das alles, ne, weißt du ja. Ah, da gibt es auch so komische... Wie heißt das? Gay Beebe. Nice. Ich glaube, sind die halt recht. Ja, sowieso. Die Kohle ist noch da. Das heißt, meine Schwester hat schon geantwortet? Ja. Glaube ich nicht. Ich hoffe, wenn nicht, dann musst du halt noch eine bessere Nachricht machen. Warum antwortest du mir nicht? Nein. Schüsse. Achso, das ist besser. Ich habe nur Schüsse gesagt, nichts anderes. Ja. Ich weiß nicht, was ich will. Ich bin nämlich sehr komplex. Ja, das ist... Leider aber. Und perplex. Wo bin ich? Perplexofon. Ich bin Level 40. Krass, oder? Ich bin Level 10. Schwein. Du hast dich daran erinnert. Ähm. Was? Natürlich, aber... Nur fürs Protokoll. Worüber reden wir gerade? Ähm. Nahrungsaufnahme bei... Kühen? Ja, ich weiß. 4 Mägen. Die haben 17 Mägen. Das ist krass. Die haben 22 Mägen. Und das ist... allein... in der Nase. Könnt ihr pennen? Ähm. Nein. Aber ich kann rausgehen. Ja, dann verpisst dich, du Arschloch. Ach, leck mich doch, du dumme... 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 papermc hosted byronetcloud. Ich... glaube ich hab... Ja, geil. Ja. Äh... Was hast du? Ja, das will ich jetzt hören. Ja? Ich hab Skype geöffnet. Du hast Skype? Noch? Ja. Nütze ich auch täglich, tatsächlich. Du widerst mich an. Ja, aber... genau deswegen mach ich's, ja. So, ich bin fertig für heute mit der Kathedrale. Ich find, die nimmt jetzt Form an mit den geilen Stufen hier und so. Wieso brennst du nicht? Mhm. Das Skelett hatte gerade ein Hirnweg. Das stand hier mitten in der Sonne und dachte sich so... Irgendwas müsste jetzt eigentlich... Irgendwas ist komisch. Pass auf. Dann bin ich näher gekommen und dann ist plötzlich in Flammen aufgegangen. Ich bin mir nicht sicher, was ich mir damit sagen will. Soll ich dir was sagen? Ja, bitte. Ich bin damit 42. Weiter darf ich nicht gehen. Es wird langsam gefährlich. Eigentlich muss ich damit 69 werden und dann... Was passiert jetzt mal? Krass, oder? Ja, die ganze Scheiß hier weg. Schau mal, bist du eigentlich ein krasser. Pink wär halt noch geiler. Was? Könnt ihr ein Pink-Guy machen? Alter, kannst du pinke Lederrüstung machen und auf so ne... Auf nen Zombie? So nen Rüstungsständer machen? Auf nen Zombie? Ja. Auf nen Zombie? Wir benennen nen Zombie und tun den einfach in so nen... Alter, ja mach nen Pink-Guy bitte. Bitte schon wer. Aber für pink Gewand hab ich halt nicht genug große Farbe. Pizza ist die Pizza super knusperig. Knusperig. Jetzt sind wir denn jetzt fertig oder was? Ich bin fertig. Ich komm grad zurück, weil ich will mir noch meine Bücher ansehen und dann... Blaze es, wenn ihr aber nicht wollt. Oder ich geh wieder schlafen. Also ich mach den Disconnect. Ja, fertig? Ihr habt nicht mehr gewartet, bis ich da bin, um mich in die Armee zu schließen und zu sagen, Tamir, das hast du gut gemacht. Ach, das war's nicht so? Du bist so ein Obdachlos und ich dachte, das wärst du gewesen, weil du hast ja jetzt kein Haus mehr. Warte, was soll das heißen? Was mit meinem Haus? Ist doch jetzt Hund hier ein gewohnt. Nein? Und dann hat er eingeschissen. Dann hat er nicht. Ja, der ist halt nicht... Stumm. Schon wer. Hm? Quit livin' on dreams, schon wer. Hm? Life is not what it seems, just a lonely little schwer in a cold cold blaze farm. Boah. Pff. Ja. Ahaha. Haah. 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 Stimm, ja! Haamali! Haamala. Hast du... Wie viele Myrolo-Kart folgen? Wo wir jetzt wieder angefangen haben, aufzunehmen? Hast du schon hochgeladen? 2, oder? Ja. Okay, ich habe erst eine. Ich weiß auch nicht, wann ich die so... Eigentlich müsste ich jetzt halt drei, momentan drei Folgen wahrscheinlich am Tag. Oh, Alter, hier ist ja richtig... Ist das... Nee, das funktioniert noch trotzdem, Closedawn, oder? Klar. Das Licht, weißt du... Laces halten ja Licht aus, nur halt nicht zu viel. Sonst würden wir an der Hülle nichts machen. Ich bin jetzt nachher cute, oder? Ich habe keinen Reiz. Ich auch nicht. Ich glaube, ich will jetzt auch mal weg und so. Hey! Ja? Ich weiß nicht. Nicht brennen. Arschloch. Ich habe 38 Lies. Lies? Lies. Was ich lank, das war. Aber ich glaube, das ist jetzt auch für mich. Ich habe keinen Sinn. Immer fertig. Deutschland? Was ist das? 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 Vielen Dank.